Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Doom So, machen wir mal da weiter, wo wir aufgehört haben Das erste, was ich machen wollte, ist Und zwar wollte ich jetzt hier mal den Anzug Mit größerer Automap auf der Radius Einfach mal dazu packen Gibt sogar ein Achievement dafür, wunderbar War eigentlich nicht meine Absicht, es geht mir halt eigentlich nur darum Damit ich auf der Karte vielleicht doch noch ein bisschen mehr sehen könnte Weil, ich denke mal, das wird doch, solange wir die Automap noch nicht haben Ja, ziemlich wichtig Diesbezüglich hier oben, müssen wir halt auch nochmal gucken, dass wir hier irgendwie rankommen Aber, mhm, kommen wir noch zu So, das nächste ist, dahinter ist noch ein Secret Und ich habe hier eben gerade gesehen, bevor ich die Aufnahme angemacht habe Hier kommt man schon ran Das heißt, wir haben hier Infinite Ammo Okay, unbegrenzte Munition Cool Gut, dann gucken wir jetzt mal, dass wir erstmal weitermachen Weil wir brauchen ja noch ein paar mehr Schlüssel Auch genauso wie diesen Schlüssel hier Der soll ja irgendwo da oben sein Da oben ist er Das ist jetzt aber noch die Frage, wie ich da rankommen soll Und so, aber Das wird sich hoffentlich noch aufklären So Jetzt haben wir hier erstmal Ich hoffe, ich brauche den nicht mehr Sie brauchen zwei weitere Schlüssel für den Durchgang Finden Sie sie Äh, wo hat er mich denn jetzt denn teleportiert Ach, hier unten einfach nur, okay Okay Okay, warum kann ich hier Jumpen Wegen dem Leben Natürlich Manchmal muss man der Evolution einfach einen Schubs geben Und hier bei der UAC schubsen wir ordentlich Aha Ist das jetzt so eine Art Hinweis, ja Hier wirst du geschubst oder was Und dann fliegst du halt auf die Nase Na gut Gucken wir mal Keiner da Oh doch Na gut Das ist ein unsichtbares Pinky Wie ist der gestorben Ja Komm hier Friss Raketen Und Granaten hinterher Okay So, hier ist gesperrt Zwischendurch mal auf die Karte gucken hier Na gut Da komme ich auch nicht durch So, einmal hergeben Und Genito Und hier haben wir die letzte Verbesserung So Größere Entfernung Das heißt hier nochmal Rüstung Plus So, Magnetismus Wunderbar So, wenig Munition Ich soll noch weiter runter Ich soll noch weiter runter Da hinten ist aber irgendwie noch ein Gang Ich weiß nicht, ob ich da wieder hinkomme Na eigentlich schon wegen Teleportieren und so Aber ne, so komme ich hier nicht durch Na gut Und Uns bleibt nichts anderes übrig Dies ist das Herz des Nests Es hat Wurzeln im Hauptgenerator dieser Einrichtung geschlagen Reaktivieren Sie diesen, um das Nest zu zerstören Na komm, lad nach Au Oh, nicht du schon wieder, ey Na warte hier So, jetzt brauche ich Munition Hey Ich brauche doch nur Munition Okay, Waffenpunkte halten Oh Gesperrt Ach, verdammt Das sieht interessant aus Wer klopft hier? Okay, ich weiß, wer klopft So, ich hoffe Dann hat gesessen Sammler nach Ja, ich brauche Plasma Jetzt reicht's hier aber So Na, jetzt kriege ich auch Plasma hier, oder was? Was ist da hinten? Warum? Was ist das hier? Strahlenschutzanzug Der Strahlenschutzanzug schützt den Spieler vor giftigen Schleimen und giftigem Wasser Aber es ersetzt sich im Laufe der Zeit Lade den Strahlenanzug auf, indem du Strahlenanzugsauffüllung oder einen neuen Strahlenschutzanzug aufspürst Okay Wo sehe ich hier? Ach, da unten Okay Das heißt, wir können jetzt im giftigen Wasser spielen Na gut Wehe, das lobt mich wieder Das würde ich nicht so cool finden Okay, man kann hier eigentlich auch ganz gut so durch Oh Wo muss ich hin? Da oben hin Hey, das hat aber gut geklappt So, nochmal gucken Nicht, dass ich irgendwas Äh, ich verpasse schon wieder hier die Hälfte Komm ich da irgendwie ran? Ne Die wird sehen, tue ich da auch nicht Es sei denn Einmal so Und dann haben wir auch die beste Batterie Natürlich geht's nicht wieder zurück Vorsichtig bleiben Da können wir hier nochmal Energie wieder auffüllen So, ich guck nochmal kurz Da hinten Und dann geht's da auch irgendwo runter und so Na gut, dann Wir haben mal durch hier Keine Angst Ist ihre Seele einmal verzehrt Wird ihre Angst vergehen Ja, schön Okay Ich weiß nicht, ob mir das jetzt was bringt Äh Oh Okay Der war soweit schon mal ganz gut Aber was soll ich noch machen? Jetzt hab ich's nicht gelesen Ah, da unten ist irgendwo einer Und ich komm hier nicht durch Okay Ja, das ist natürlich, äh, blöd Ich hab jetzt auch viel zu wenig Munition Mal gucken, ob ich damit den Dicken vielleicht schneller auspeitschen könnte Feuer Na komm schon So, und jetzt hier unten Na komm Schon wieder fehlgeschlagen Das ist aber gar nicht so cool Das heißt, ich bräuchte eigentlich Plasma Munition Das blöde ist, ich hab jetzt hier aber keine Möglichkeit mit Munition zu holen Gut, probieren wir's nochmal mit dem Raketenwerfer Wunderbar Ja, komm Ja, komm Ja, komm Die Muni Schneller Okay Es fehlt noch irgendwo einer Wo? Oh, das gibt's doch nicht Wo ist denn der letzte? Das ist mega schlecht Okay, das ist jetzt noch die letzte Gesundheit Jetzt hab ich hier zwar ein bisschen mehr Energie Na, ich muss das mit der Plasma machen Ich wüsste sonst nicht Einmal probieren wir noch Okay So Na komm schon Wieder fehlgeschlagen Das gibt's doch nicht Mir fehlt einfach die Munition dafür Es ist ja jetzt auch nicht das Thema, dass Ich das so nicht schaffe, aber da unten sowieso nochmal ein Secret sein Nimm mich mal kurz mit Okay Und dann kommen wir hier oben wieder raus Ich würde das aber gerne schaffen wollen Jetzt haben wir wieder Eigentlichen gut Gut, 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 Fett Raketen So Einmal kurz mitnehmen Falsche Jawohl, ja Ich wusste doch, das geht Hat aber ein bisschen Ja, ich hätte auch mehr Rüstung machen können Hat aber ein bisschen gedauert So, jetzt müssen wir dort hinten rüber Aber mal aufleveln Okay Das war aber nicht ganz richtig Weil wir muss ja irgendwie Hier komme ich hier gar nicht durch Ach hier Das habe ich durch die ganze Zeug kaum gesehen Sie haben jetzt Zugang zur Herzkammer Okay, gestärkt der Pinky Pieks, Pieks, Pieks Pieks Feuer Eis Okay, von vorne Jawohl Jawohl Jawohl, jetzt noch ein Pinky Noch einen einzigen Pinky So, aber hier hinten haben wir ja noch einen Wächter Wie erreiche ich den denn? Da hinten könnte man noch lang Wahrscheinlich denn von da unten da rum runter Ne Jetzt drehe ich mich hier im Kreise So, also von Ne, von hier ist es nicht Das heißt, ich muss hier wieder zurück Da hinten hoch Egal was das ist Ich nimm's Oh ja, nice Das ist doch meine Waffe Nach meiner Wahl Okay Du nimmst normale Munition Nimmst du auf Und noch keine Mods Aber egal Ist alles hier Ist jetzt einfach nur Für die Waffe gewesen Na gut Dann hier Und raus Ach Hier sind wir jetzt Na gut Denn Oh, ich sehe schon Ich kann gleich die Waffe sogar aufwerten Wenn ich Glück habe Nein Kann ich nicht Da komme ich nicht durch Das ist auch die Automap Okay Reaktiviere die Energieversorgung Der Generator ist inaktiv Aktivieren Sie zwei nahe Kontrollterminals Um den Strom manuell Komplett wiederherzustellen Ich entriegele den linken Terminalraum Okay Dann machen wir mal Oh, du bist so gegrillt 50% Strom wiederhergestellt Aktivieren Sie noch Das zweite Kontrollterminal Um das Nest zu zerstören Okay Es ist mir nicht möglich Diese Tür zum zweiten Terminal zu öffnen Suchen Sie einen alternativen Weg Gut An dir gehen wir mal kurz ran Warten Sie nicht, was Sie für Sie tun können Warten Sie, was Sie für uns tun können Oh, die Minigun Die mag ich ja schon mal So Automap haben wir auch Da vorne kriegen wir dann auch gleich Das Upgrade Auf jeden Fall Blümlich Muni Gastgeber Na Vergiss es Wir werden keine Schilde mehr gemacht So Und Rüstung darfst du mir auch gleich nochmal geben Geh mir aus dem Weg Besser ist es Okay Ist noch gesperrt Oder so Dahinten will ich hin Ich will immer nachladen Mit wenig Munition Immer nachladen Das ist gut So Ach, jetzt geht's Na, gucken wir hier mal Ah, hier ist auch aufgegangen Sehr gut Jawohl Jawohl, ja Dann wollen wir doch mal gleich gucken Hier Ähm Ne, das ist der Rocket Launcher Da haben wir das schöne Schmuckstück Mobiles Geschütz Haltemaustaste 2 gedrückt Um die Waffe In das mobile Geschütz zu verwandeln Blockiert beim Überhitzen Oder Ui Das ist ja Hammer Haltemaustaste 2 gedrückt Für ein Energieschild Der für kurze Zeit Eingehenden Schaden Absorbiert Schnelle Erholung Dashlag Schildschleudern Was haben wir hier Blitzeinsatz Schneller Schütze Eigentlich Eigentlich Müsste man ja hier Den großen Aufsatz Erstmal drauf machen Oh, einfach nur zu sagen Hey Ich hab ein Geschütz bei Hört die auch so schön aus Wie damals Die Alte Jawohl Ah, ist das schön Das freut mir Ich bin glücklich So, jetzt muss ich gucken Hier muss es aber noch Andere Wege rüber geben Der Zugang ist noch Gesperrt Mir fehlt ja sowieso Noch der letzte Schlüssel Und hier kommen wir Auch nicht durch Und Naja Über Deko lässt sich streiten Wo bin ich jetzt Ach, komplett neuer Ort Okay Ja, so macht das doch Spaß Auch wenn ich jetzt hier Fast am verrecken bin Okay, ich bin am verrecken Das war nicht so cool So So Mit dem bisschen mithalten Habe ich schön daneben geschossen Ja Ebenso So Jetzt Den kann ich aber nicht verfehlen Und den genauso Wir nicht Oh, Mensch Du Hier geblieben Halt Feurigen Popo Wollte ich nicht haben Wo rennt der denn hin Uiuiui Haben wir gleich noch einen Oder was Zurück Heiß Füße Vorsicht Au So Aber kurz mitnehmen So Ei Das ist aber Nervtöten Jetzt hier So Haben wir hier noch welche Ich weiß nicht Hört sich auf jeden Fall so an Zumal Von wo kommt ihr Ah man Kollege das ist unfair Dass du hier ne Von wo kommt die Die spawnen hier die ganze Zeit nach Gehen wir mal irgendeine andere Waffe Okay Das Ding hat mich gerade gefressen Wer hätte das denn ahnen müssen Dass ich denn da hinjumpen muss Ah hier ist ein blödes Totem Das hatte ich mir nämlich schon gedacht Oh 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 Nein Komm mir nicht zu nahe Okay ich brauche unbedingt noch ein bisschen mehr Munition Au Das tut doch weh Mensch Ach Rüstung Geheimnis Rüstung Ei 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 So jetzt soll ich wohl wahrscheinlich da rüber irgendwie Oh ich sehe schon Und ran da Okay Haben wir hier mal kurz Einen kleinen Cut Und wir sehen uns dann In der nächsten Folge Hoffentlich wieder Also schaltet wieder ein Und bis denn Kommen Kommen Vielen Dank.